Moin moin und hallo. Heute bei Game Two. Anthem, Trials Rising und unter dem Radar. Und los geht's. Yes. Was? Lara? Warte, bin gleich wieder da. Du kannst dich einfach ... Lara? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Achtung! Und bitte! Ähm, ja, BioWare ist ja vielen Gamern ein Begriff. Nicht wahr, Lara? Ja, Baldur's Gate und Mass Effect gelten ja quasi als Meilensteine. Mit Anthem will BioWare aber neue Wege gehen. Weniger Story, mehr geballert. Ja, aber diese Abkehr von alten Stärken gefällt bei Weitem nicht jedem, Eddie. Was Markus davon hält, das sagt er euch jetzt. Ich bin ein Spieler mit einfachen Bedürfnissen. Gebt mir funkelnden Loot, Gameplay, das ballert ... ... und vielleicht noch die Möglichkeit, das Ganze mit Freunden zu zocken. Schon bin ich glücklich. Genau deswegen sind Spiele wie Destiny oder The Division mein Ding. Hier, alleine Bungies Loot-Shooter hab ich 647 Stunden reingepumpt. Und dafür schäme ich mich kein bisschen. Was rutschte mir dann 2017 das Herz vor Freude in die Buchse, als ich folgende Szenen erblickte? Anthem. BioWare's Shared World-Shooter und Exosuit-Antwort auf Destiny und Co. So, jetzt ist das Ding endlich da und ich kann's kaum erwarten, mich ins Abenteuer zu stürzen. Los geht's! Das ist sie also, die Welt von Anthem. Ganz so detailreich und lebendig wie in den Trailern sieht es ja nicht aus. Aber ist ja doch ganz schön. Na gut, wenn nicht sogar atemberaubend. Die tiefen, mit Wasserfällen gespickten Schluchten, überwucherte Ruinen, schroffe Felsformationen. Ja, der namenlose Planet kann sich schon sehen lassen. Aber bevor ich ihn ausgiebig erkunde, geht es erst mal nach Fort Tarsis, der letzten Zuflucht der Menschheit. Hier, diese florierende Stadt aus dem Trailer. Hm, ja, auch nicht so schick wie im Trailer. Die Menschen bewegen sich wie leblose Marionetten und es herrscht so eine unangenehme Stille. Na, ich werd hier wahrscheinlich eh nicht oft sein. Also, ab zu den Questgebern. Ich hab Bock auf die epische Anthem-Story. Oh, es geht los. Okay, also da gibt es diese mächtigen Relikte, womit die Götter einfach alles auf diesem Planeten erschaffen haben. Sogar Naturgesetze. Die Schöpfer sind jetzt irgendwie verschwunden, haben aber ihre Relikte hier liegen lassen. Eine fiese Militär-Truppe unter der Führung des bösen Robolords Monitor hat das mitbekommen. Tja, Monitor. Tja, also wollen die das für ihre superbösen Machenschaften? Und ich bin der Held und muss sie aufhalten. Hm, eine etwas kreativere Story hätte ich jetzt von Bioware schon erwartet. Ja, aber das kommt bestimmt alles noch. Was ist? Wartet ihr, bis alles vorbei ist? Los! Okay, viel mehr Story gab's jetzt in den letzten Stunden nicht. Dafür reichlich hiervon. Ja, presst das, haha. Das Geballern mit den Javelins, so heißen die Robo-Anzüge, fühlt sich schon verdammt gut an. V.a. ihre Fähigkeiten, die variieren von Klasse zu Klasse. Ich kann Gegner mit Lenkraketen zerlegen, mit ätzendem Nebel zermürben oder mit heftigen Blitzen grillen. Bam! Und wenn man die Fähigkeiten aufeinander abstimmt, kann so was passieren. ULTRA-KOMBO! Eine Kombo aus zwei Angriffen, die heftigen Schaden verursachen. Ein wirklich logisches System steckt da aber nicht dahinter. Wichtig ist nur, Angriff mit Kreis-Symbol plus Angriff mit Ninja-Wurfstern-Symbol ist gleich heftiger Schaden. Und wenn da noch wer steht, packe ich einfach meine Ultima-Attacke aus und nichts bleibt mehr übrig. Ja, was denn? Ist halt geil. Ja, die Fähigkeiten sind wirklich fett. Und ich fühl mich dabei wie Iron Man. So hab ich mir das vorgestellt. Und dann erst das Herumfliegen. Das sieht nicht nur cool aus, sondern steuert sich auch perfekt. Gut, manchmal bin ich auch abgestürzt, weil die Dinger schnell überhitzen können. Nervt zwar etwas, aber immerhin kann man sie mit Wasser wieder abkühlen. Und davon gibt's ja eh reichlich. Aber das Fliegen ist nicht nur für gemütliche Ausflüge praktisch, sondern auch im Kampf. Ich kann zum Beispiel blitzschnell aus dem Flug einen starken Nahkampfangriff starten oder ich bleib in der Luft und baller schwebend weiter. Schnelle Positionswechsel sind natürlich auch ein Klacks. So macht das Bock. Okay, ich spiele schon fünf Stunden und hab noch keine einzige coole Waffe gefunden. Ich meine, ich stecke hier in einem fetten Kampfanzug, der Blitze und Eis verschießen kann und baller gleichzeitig mit popeligen Pistolen oder eilen Maschinengewehren? Klar, vernünftigen Schaden machen sie ja, aber sie sind leider alle superlangweilig. Ich will Future-Waffen! Oder zumindest Knarren, die sich gut anfühlen. Hier fehlt es einfach an Wumms und Genauigkeit. Die Waffen sind aber auch gleich Teil eines noch größeren Problems, dem Loot. Eigentlich sollte der ja das aufregende Highlight eines Lootshooters sein. Tja, hier sind es immer nur neue Variationen der gleichen Grundwaffen und Fähigkeiten. Lediglich die Zahlenparameter ändern sich. Mit steigender Seltenheit kommen zwar noch Perks dazu, die aber am Spielgefühl auch herzlich wenig ändern. Ich versteh auch nicht, wieso ich nirgends die genauen Werte meines Javelins sehen kann. Wie soll ich mir denn da gezielt was zusammenbauen? Sämtlicher Loot wird außerdem erst am Ende einer Mission ausgepackt. Ja, okay, ist vielleicht irgendwie ganz spannend. Aber es geht ja nicht nur um die Beute, auch die Ausrüstung, also Waffen, Fähigkeiten und Co. kann ich nur in der Basis ändern. Wieso muss ich dafür immer zurück nach Fort Tarsis? Kann das nicht auch einfach in der Mission gehen? Ich kann die Stadt echt nicht mehr sehen. Hier wirkt alles so künstlich und alle scheinen nur auf mich zu warten, um mir von ihren Lebensgeschichten oder seltsamen Fantasien zu erzählen. Und mein Traum ist es, ein wildes Koroks-Baby zu streicheln. Aha. Oder sie versuchen krampfhaft, sich mit mir anzufreunden. Sag mal, hast du Zeit zum Mittagessen? Nein, will ich nicht. Und überall verfolgen mich ihre leeren Blicke oder ihre gruselig grinsenden Gesichter. Ah! Geht weg! Oder gebt mir wenigstens ne Side-Quest. Ach nee, da wollt ihr nur labern. Hier nach einer geilen, actionreichen Mission anzukommen, fühlt sich einfach wie eine Bestrafung an. Wer von Ihnen ist Freelancer Markus? Na, was denn? Ihre Mission ist beendet, Soldat. Jetzt geht's zurück nach Hause. Los jetzt, mitkommen! Nein, nein, ich will nicht nach Hause! Ich will auf dem Schlachtfeld bleiben, bitte! Ich will nicht zurück! Neeein! Der Arme. So, mittlerweile hab ich mehr Javelins freigespielt und es macht echt Bock, zwischen ihnen zu wechseln. Der Interceptor ist der schnellste Anzug und primär für den Nahkampf ausgelegt. Mit ihm geht es ratzfatz an die Front, ein paar Klinghippe hier, ein Wurfstern da und wieder weg. Oder der Kolossus, der Tank oder den Exosuits. Er hat einen dicken Schild und fährt schwere Geschosse auf. Der Ranger ist da eher ein Mix aus den ersten beiden. Noch recht wendig, aber ausgestattet mit einer Vielzahl an wuchtigen Raketen. Mein Lieblingsanzug ist aber der Storm. Der ist eher wie ein mächtiger Robomagier, der über den Startfeld schwebt und mit verschiedenen Elementarangriffen um sich ballert. Nein, bei den Javelins gibt's wenig zu meckern. Alle vier Klassen spielen sich schön unterschiedlich und dürften so ziemlich jeden Geschmack zufriedenstellen. Jetzt muss ich beim Ballern nur noch gut aussehen. Also geht's ab zum Umstyling in die Schmiede, wo allerhand Optionen zur Verfügung stehen. So, erst mal schön gepimpt. Äh, äh, war mein Robo-Arsch schon die ganze Zeit so knackig? Du bist es, gut. Es gibt Ärger. Ich hab den Notruf eines Freelancers empfangen, okay? Sieht nicht gut aus. Och nee, nicht noch ne Rettungsmission. Ich hab echt langsam genug von diesen belanglosen Einsätzen. Immer das Gleiche. Rette den, finde das Artefakt, baller die Monster weg. Die Missionen sind nicht nur öde, sondern wiederholen sich auch ständig. Flieg zu Punkt X, sammle was ein und bekämpfe Gegnerwellen. Fliege dann zu Punkt Y und bekämpfe noch mehr Gegner. Immer und immer wieder. Dazu kommt, dass die Gebiete einfach viel zu ähnlich aussehen. Entweder baller ich zwischen Ruinen oder in Höhlen. Da kann die Welt noch so schick sein, wenn es im Grunde nur zwei Schauplätze gibt, wird's halt schnell dröge. Genauso die Gegner, die sind auch nicht wirklich vielfältig. Da wären diese wirklich langweiligen Insekten-Aliens. Außerirdisches Getier und zwei Fraktionen von Menschen, die fast gleich aussehen. Das war's schon. Und von der minderbemittelten KI fang ich gar nicht erst an. Die rennen entweder blind auf mich zu oder stehen dumm auf der Stelle. Ach ja, nen richtigen Bosskampf hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Ich weiß nicht, wann hier mal was Spannendes passieren soll, aber langsam werd ich ungeduldig. Ha! Endlich! Ich soll die Grabkammern gefallener Kriegshelden finden und öffnen. Allerdings muss ich mich dafür erst mal als würdig erweisen. Das klingt doch endlich mal nach einer epischen Aufgabe. Oh, da ist auch schon das erste Grab. Welche spannenden Rätsel erwarten mich wohl? Welche Herausforderung muss ich ... äh ... 15 Truhen öffnen? 25 Mal Ressourcen ernten? Zehn Sammelobjekte ... finden? Ach ja, da gibt's noch drei weitere Gräber mit ähnlich stupiden Aufgaben. Und das ist ne fucking Pflichtmission! Klingt zwar alles ganz easy, wird mich aber garantiert zwei bis drei Stunden Spielzeit kosten. Vielleicht sogar noch länger, denn es zählt nicht, wenn wer anders die Truhe von meiner Nase öffnet. Arschloch! Aber hey, ich fliege gerne weiter ziellos in dieser Welt rum und sammle Kram. Ach, der Server schließt in einer Stunde 19? Cool, dann such ich mal ganz schnell nach Weltereignissen. Davon muss ich auch einige machen für diese scheiß Gräberquests. Ach, geht ja nicht so einfach. Die sieht man nämlich nicht auf der Karte. Und selbst wenn man wüsste, wo die auftauchen, findet man nichts hin, weil man keine Markierungen ersetzen kann! Ich liege hier schon fünf Minuten. Keiner hilft mir, und ich kann auch nichts drücken. Nicht mal ins verdammte Menü komm ich. Ich muss jetzt ernsthaft das Spiel neu starten. Och nö, stimmt, jetzt lebt es ja wieder so ewig. Ich kann's echt nicht mehr sehen. Überall Ladebildschirme. Vor und nach jeder Mission, nach dem Ergebnisbildschirm, wenn ich zu weit vom Team entfernt bin. Ey, sogar wenn ich eine Höhle betrete oder neue Ausrüstung anlegen will. In Destiny kann man beim Laden wenigstens ins Menü und dort diverse Dinge tun. Hier warte ich einfach nur elendig lang ab. Ich würd mich ja gerne weniger aufregen, aber die technischen Problemchen fangen hier erst an. Wichtige Bereiche lassen sich nicht betreten, das bedeutet Neustart. Wegpunkte erscheinen nicht und lassen mich ziellos umherirren. Gegner bleiben nach dem Abschuss noch stehen oder verschwinden plötzlich. Ja, oder das Spiel hört einfach nicht mehr auf, Gegner auszuspucken. Hier hab ich ungelogen 20 Minuten am Stück Feinde geplättet und es ging einfach nicht weiter. Also mal wieder Neustart. Okay. Jetzt läuft alles wieder. Ich hab mich beruhigt. Hey, grad geilen Loot gefunden. Die Mission hab ich auch gleich geschafft und ... Es war ein langer, wirklich langer Weg. Aber hier ist es. Das Ende. Vor allem aber das Ende meiner Erwartungen an Bioware. Wo sind sie hin, die erzählerischen Qualitäten? Wie viele spannende Geschichten hab ich in Knights of the Old Republic erlebt? Was hatte ich für emotionale Momente mit meiner Crew in Mass Effect oder Dragon Age Origins? Geblieben ist eine nicht wirklich originelle Story in einer Welt, die so faszinierend sein könnte, aber letztendlich nur über Codex-Seiten erklärt wird. Ein Antagonist, der zwar verdammt cool aussieht, aber auch nicht mehr als ein Klischee ist und eine Reihe von langweiligen Gesprächen. Warum kann ich überhaupt Entscheidungen treffen, wenn die absolut null Auswirkungen haben? Ah. Anthem Story ist nicht grottenschlecht, aber es fehlt dir einfach an Seele. Auch wenn Story in Loose-Shootern oft Nebensache ist, hätte ich mir grad von Bioware hier mehr erwartet. Also, bringen wir's zu Ende. So, Story vorbei und was mach ich jetzt? Ach ja, Festungen. Also etwas knippligere Missionen mit nem dicken Boss am Ende. Die machen schon deutlich mehr Spaß als alle bisherigen Level. Hab ich aber bei der Konkurrenz auch schon wesentlich einfallsreicher gesehen. Außerdem gibt's davon nur drei und eine davon ist auch noch eine recycelte Story-Mission. Tja, kann ich wohl nur noch alte Missionen mit ner höheren Schwierigkeit spielen. Davon müsste ich aber Level 30 sein. Also heißt es jetzt grinden und die nie endende Suche nach den perfekten Lootstaben. Keine Raids, kein PvP. Klar, die Roadmap steht und die kommenden Wochen bringen mehr Inhalt, aber für den Moment muss mir das freichnen. Ach, Anthem. Ich wollt dich doch mögen, aber ich kann's nicht. Also zumindest noch nicht, weil du die gleichen verdammten Fehler machst, die die Konkurrenz schon vor Jahren gemacht hat und dir nicht mal deren Stärken abguckst. Aber vor allem, weil ich einfach keine Lust mehr auf Spiele hab, die halbfertig erscheinen und dann vielleicht in einem Jahr gut werden. Ja, ich weiß, auch Destiny oder The Division haben die Zeit gebraucht, um wirklich gut zu werden. Aber ich bin, dass viele warten, leid. Dabei find ich, deine Basis ist wirklich gut. Und da ist Potenzial, um noch richtig großartig zu werden. Und Bioware's Qualitäten, ja, konnten zumindest hier und da ein wenig durchblitzen. Ich hoffe nur, dass es noch nicht zu spät ist, die Potenziale noch herauszukitzeln. Für den Moment sag ich daher, tschüss, bis bald vielleicht. Hey, Markus, bei Destiny gibt's eine neue Lootcave! Okay, schick mal einen Invite, ich mach eine Feiertilmedaille an. Oh, geil, ey! Jetzt, komm. Ah, Entschuldigung. Lara, wo warst du? Oh, da hatte jemand auch nicht abonniert, seitdem hab ich kurz die Fresse poliert. Du hast einem die Fresse poliert? Anthem, jetzt? Ähm, nee, ich hab das grad schon gemacht. Ich wusste ja nicht, dass du wiederkommst. Was kommt jetzt? Child's Rising. Na dann, bitteschön. Gentlemen, start your engine! Spätestens seit Trials HD hat das zweieinhalbdimensionale Motorradgefrickel einen festen Platz im Herzen der Spieler. Dieses Spiel ist die Ausgeburt der Scheiße! Nach Trials of the Blood Dragon und Trials Fusion hatte man aber irgendwie das Gefühl, die Reihe hätte ihren Zenit überschritten. Umso schöner ist es zu sehen, dass Trials Rising uns nun eines Besseren belehrt. Am Grundprinzip hat sich wenig geändert und das ist auch gut so. Durch gekommten Einsatz des Gaspedals und Verlagerung des Körpergewichts muss das Ziel möglichst schnell und unfallfrei erreicht werden. Die circa 120 Strecken stellen euch dabei vor immer neue Herausforderungen und der Schwierigkeitsgrad steigt stetig von ... Denken, müsst ich hinkriegen! ...zu ... Oh my God! Verteilt über eine Weltkarte tuckert ihr durch verschiedenste Locations, die in puncto Abwechslung und Kreativität alles in den Schatten stellen, was man bei Trials jemals befahren hat. Mal geht's durch ein Filmset in Hollywood, mal hoch über den Wolken über die Ladung eines Flugzeugs und mal durch die Tore einer mittelalterlichen Burg. Die Strecken sind vollgepackt mit liebevollen kleinen Details. Und das, obwohl man eigentlich kaum darauf achten kann. Es gibt nämlich ordentlich was zu tun. Neben den altbekannten Medaillen, die ihr für das Unterbieten vorgegebener Zeiten bekommt, versorgen euch eure Sponsoren mit Aufträgen. Hier müsst ihr z.B.e. eine bestimmte Anzahl an Front- oder Backflips ausführen, fehlerlos fahren oder Wheelies hinlegen. Selbst die einfachsten Strecken können so zu einer echten Herausforderung werden. Zusätzlich könnt ihr es mit Zeiten zufälliger Herausforderer aufnehmen, euer Talent bei verschiedenen Minigames beweisen und am Ende jedes Gebiets wartet ein Turnier, bei dem ihr euch auf mehreren Strecken gegen andere KI-Fahrer durchsetzen müsst. Das Problem daran, dass es so viel zu tun gibt, bis ihr die wirklich schweren Strecken freischaltet, vergeht gefühlt eine Ewigkeit. Ihr bekommt XP, steigt Level auf und schaltet so neue Gebiete und Herausforderungen frei. Und als wäre der Level-Grind nicht schon langwierig genug, bekommt ihr auch noch alle naselang Lootkisten hinterhergeschmissen, in denen haufenweise Sinn- und geschmacklose Kosmetik-Items darauf warten, ausgepackt zu werden. Ihr könntet die Kisten natürlich getrost ignorieren, aber dann könnt ihr eurem Bike auch nicht diesen coolen Style verleihen. Oder euren Fahrer mit diesen coolen Klamotten ausstatten. Oder das Beste von allem, euch am Ende jedes gottverdammten Rennens diese coole Sieger-Pose anschauen. Shut up! Posen, Outfits und anderen Sponsens könnt ihr übrigens auch mit Echtgeld kaufen. Aber mal ganz ehrlich, wer das macht, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Nervige Loot-Chests sind aber nicht die einzige Neuerung. Zum ersten Mal kann man auch im Core-Podos fahren, auf einem Motorrad. Im Tandem-Modus müssen beide Spieler bei Gewichtsverlagerung und Beschleunigung harmonieren, sonst sieht's finster aus. Und weil das ziemlich gut funktioniert und echt spaßig ist, haben wir vier Teams zusammengekratzt und sie gegeneinander antreten lassen. Das Chefzimmer. Wir sind Team Chefzimmer. Und Siegen ist Chefsache. Die Cutter. Retag. Die Redaktion. Wir gewinnen, denn wir fahren auch privat Tandem. Und unsere Praktis. Wir sind die Praktis, heute geht alles. 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 Wir sind die Praktis, heute geht alles, alles auf Sieg. Gespielt wird die Strecke El Tomate. Nicht besonders schwierig, aber wir wollen unsere Newbies ja auch nicht überfordern. Jedes Team hat drei Versuche, die beiden Teams mit den besten Zeiten ziehen ins Finale ein. Den Anfang macht Team Chefzimmer. Okay, komm, ab geht's hier. So. Okay. Okay, los geht's. Okay, 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 alles gut, alles gut. So? Ach so, das war gut. Oh, nach vorne, nicht zu gedrucken lassen. Oh, 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 yes, lecku, lecku mio. Komm noch mal. Okay, und? Oh, Vorsicht, Vorsicht, ich schmielte so ein Tomatending. Okay, au. Und Vollgas. Und drauf, jetzt sind wir gleich am Gewonnen. Oder? Ah, nee, bestimmt so. Nein! Okay, wupp. Oh, nein! Und ... Du bist doch Frau! Ja, ja, ja. Das war das Ziel! Okay, zwei Minuten sechs für das erste Mal. Keine wirklich gute Zeit, aber zumindest haben die beiden das Prinzip verstanden, was man von unseren Cuttern nicht behaupten kann. Vorne, ne? Oh, 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 wer bin ich denn vorne oder hinten? Shit. Wow, ich bin abgesprungen. Geil, okay. Okay, warte. Willst du ansagen, wie wir das machen? Nein, für gar nichts. Was ist das? Wir müssen bestimmt darauf werden geschossen. Oh, Unfall. Oh, oh, was? Ah, shit. Oh nein, warum denn Unfall? Wir haben es doch geschafft. Bin ich der Meinung. Was für eine Blamage. Hätten die beiden doch lieber mal die Trials-Universität besucht, dort wird man Schritt für Schritt zum Trials-Profi gecoacht. Skills wie Bunny Hopps oder richtiges Landen werden erst mit kurzen Clips erklärt und dann in einem Parcours auf die Probe gestellt. Motivierend, fordernd und lehrreich. Die Trials-Uni ist ein tolles Feature. Nur wissen Nasti und Steve leider nichts davon. Naja, vielleicht haben sie ja trotzdem was gelernt. Okay, let's go. Auch kaum gemeint, okay. So, los geht's. Jetzt kommt die dumme Pfanne. Oh doch, doch, ist alles gut. Alles gut, süße. Guck mal, perfekt. Komm, jetzt sind wir schon da. Und, oh, yes, 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 yes. Perfekt, shit. So, das sieht gut aus. Ja, 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 komm. Nimm ihn mit, nimm ihn. Ja, 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 ja. Immerhin, die Zeit von Team Chef Zimmer wäre damit schon mal vom Tisch, aber es kommen ja noch zwei Teams. Alles auf Sieg, ne? Ja, alles auf Sieg. Gibt vielleicht erst mal einer Gas. Alter, schon wieder, okay. Nee, noch nicht. Hä? Ich fahre von alleine, oder? Bist du? Ja, zack. Sehr gut. Wir sind super. Okay. Ja, das ist gut. Oh nein, 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 nein. Oh! Doch, doch, doch. Sehr gut. Das ist super. Oh nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Ja. Ah! Wow. Okay. Wir sind vorne. Das ist nämlich jetzt wie die richtige Zeit. Heidewitzker. Beide Teams fahren extrem heiße Reifen und lassen die Cutter und Team Chef Zimmer im Staub zurück. Tja, Leute. Der Tandem-Modus ist wohl nichts für euch, aber zum Glück bietet Trials Rising genug andere Optionen. Der Strecken-Editor ist wieder mit an Bord. Online könnt ihr gegen bis zu sieben andere Fahrer antreten, private Matches funktionieren momentan allerdings noch nicht. Und offline sind vier Spielerpartien auf speziellen Strecken möglich. Macht zwar Spaß, das Spawnverhalten sorgt stellenweise aber für ziemlich unfaire Situationen. Hier wäre noch etwas Feintuning notwendig. Das ist alles ein Dreck hier. Du bist einmal kaputt und bist direkt aus dem Scheiß-Rennen. Oh Mann, ich brauch nur noch einen Punkt. Allgemein ist die Performance von Trials Rising noch ausbaufähig. Ab und zu kommt es zu kleinen Lags. Einbrüchen der Framerate und auch die Ladezeiten könnten etwas kürzer sein. Dem Spielspaß tut das aber keinen Abbruch. Etwas problematischer wird es auf der Switch. Hier läuft Trials per se nur mit 30 Frames. Den Strecken fehlen Details und mit den Joy-Cons fällt präzises Gas geben schwer. Spielbar ist es aber allemal. Und egal auf welcher Plattform, unserer Meinung nach haben wir es mit dem besten Teil der Serie zu tun. Die Universität und der Tandem-Modus sind sinnvolle Ergänzungen für ein zeitloses Spielprinzip. Einem Online-Freund eine neue Rekordzeit um die Ohren zu knallen ist immer noch ein tolles Gefühl. Und das in Kombination mit der Streckenvielfalt und einer gegen unendlich strebenden Lernkurve sorgt dafür, dass Trials Rising einfach niemals langweilig wird. Den Spaß lassen wir uns nicht mal durch die nervigen Lootboxen versauen. Ach ja, da war ja noch was. Das Finale unseres Tandem-Turniers. Team Redaktion gegen ihre unterbezahlten Kollegen. Neue Strecke, neues Glück. Dieses Mal gibt es nur zwei Versuche. Und da Team Redaktion in der Vorrunde die bessere Zeit hatte, müssen sie vorlegen. Okay. Finale! Oh Gott, yikes! Sehr gut, nein! Oh Gott! Ja, okay. Das wird die Stimmung. Der erste Versuch geht schon mal geröntlich in die Hose, also muss es der zweite und letzte Versuch richten. Aber Markus und Sebastian lernen aus ihren Fehlern. Oh! Das war doch... Ja, perfekt nicht. Aber das ist eine ziemlich gute Zeit, ey. Stimmt. Doch unschlagbar ist sie nicht. Zumindest nicht für unsere Superpraktis. Musik Das ist der Sieg! Was? Das ist der Sieg! Mit einer blitzschnellen Zeit stechen sie ihre Gegner aus und holen sich den Sieg. Nun sind sie mehr als praktis. Sie sind Champions! Das ist mal der Applaus! Dankeschön! Das geht raus an alle praktis da draußen! Hallo Leute! Vergesst Pappkrogi, das Original! Ich bin zurück und heute habe ich bombastische News dabei! Moment mal, was ist das? Warum habe ich Schild und Schwert in der Hand? Und was hat das mit Pokémon zu tun? Na, ist doch klar oder nicht? Gestern Abend gab es wieder mal einen Nintendo Direct. Und da wurde nichts weniger als der nächste vollwertige Pokémon-Teil angekündigt. Und das für die Switch. In Pokémon Schwert und Schild dürfen wir uns noch in diesem Jahr durch die neue Region Galar kämpfen, deren Karte, Landschaft und Städte stark an Großbritannien erinnern, inklusive Fußballstadion und London Eye. Außerdem haben wir die neuen Starter zu Gesicht bekommen. Mit Chimpep, Hopplo und Memeon gibt es wieder drei knuffige Alternativen für den Trainer von morgen. Auch die Zufallskämpfe kehren dem Trailer nachzuurteilen zurück. Diese hatten in Pokémon Let's Go ja noch gefehlt. Von süßen Knuddelmonstern zu gammligen Schäbo-Zombies. Overkill's The Walking Dead steht einfach unter keinem guten Stern. Doch die schlechten Nachrichten könnten bald ein Ende haben, weil Publisher Skybound damit den Stecker zieht. Es scheint ganz so, als hat sich Entwickler Starbreeze mit dem Zombieshooter schlichtweg verhoben. Die desaströse PC-Version wurde bis heute nicht gesund gepatcht, die für Februar geplante Konsolenumsetzung auf unbekannt verschoben. Dann gab auch noch der ehemalige Studiochef den eigenen Mitarbeitern die Schuld am Desaster, indem er ihnen mangelnde Arbeitsliebe vorwarf. Jetzt hat Publisher Skybound die Schnauze voll vom Hickhack bei Starbreeze. Die Zusammenarbeit zwischen Entwickler und Publisher wurde für beendet erklärt. Im offiziellen Statement heißt es, dass trotz aller Bemühungen Starbreeze nicht die versprochene Qualität abgeliefert habe. Die Zukunft von Overkill's The Walking Dead sieht entsprechend düster aus. Skybound suche aber nach anderen Möglichkeiten, die Zombie-Marke als Spiel umzusetzen. Oh Mann, Walking Dead-Spiele haben's in letzter Zeit ja wirklich nicht leicht. Da freut man sich doch über die guten Nachrichten. Und davon gibt's im Newsticker jetzt so einige. Möge der Spielspaß mit uns sein! Am 13.April will Electronic Arts Star Wars Jedi Fallen Order in Chicago enthüllen. Das gab der US-Publisher auf Twitter bekannt. Hoffentlich mehr als ein Gerücht. Kotaku-Redakteur Jason Schreier hat die Hoffnung auf eine Neuauflage von Demon's Souls hart befeuert. In einem Forum bestätigte der in der Regel gut informierte Brancheninsider, dass From Software daran arbeite. Ab in die Wüste! Conan Exiles-Macher Funcom hat bekannt gegeben, dass man in den nächsten sechs Jahren drei Spiele basierend auf Frank Herberts Wüstenplanet-Romanen plane. Eines davon sei ein Open-World-Multiplayer-Titel. Auf zu neuen Ufern! Patrick Söderlund, der vor Kurzem als Chief Design Officer bei EA ausgestiegen ist, hat sein eigenes Entwicklerstudio Embug Studios gegründet. Das rund 50-köpfe starke Team arbeitet bereits an einem Sci-Fi-Abenteuer, von dem wir hier die ersten Testbilder sehen. Verschwunden! Der taiwanische Entwickler Red Candles hat sein Horrorspiel Devotion vorerst vom Markt genommen. Der Grund? Verschiedene Kunstwerke im Spiel würden den chinesischen Präsidenten Xi Jinping persönlich beleidigen, was für viele negative Bewertungen in China gesorgt hat. Und zu guter Letzt hab ich noch eine kleine Spielerei für euch. Ihr wolltet euch schon immer mal im Gott-Modus in euren Lieblings-Nintendo-Leveln bewegen? Tja, dank einiger findiger Tüftler ist das jetzt möglich. Auf Noclip wählt ihr einfach ein Nintendo-Game aus. Danach das Lieblings-Level oder den Lieblingsort und zack, schon dürft ihr nach Belieben die Map erkunden. Neben Klassikern wie diversen Mario-Kart-Episoden, älteren Zelda-Spielen oder Banjo-Kazooie experimentieren die Macher der Seite sogar schon mit Maps aus Breath of the Wild und Mario Odyssey. Die Modelle für die Karten stammen übrigens höchstpersönlich von Nintendo und Co. Ah, ist das schön! Hey Leute, ich flieg noch ein bisschen in Hyrule durch die Gegend und bin deswegen raus für heute. Ich sag tschüss, bis nächste Woche! Jey! Und zu guter Letzt unter dem Radar mit tollen Themen, wie zum Beispiel ... Ähm, ein Skyrim ohne alles, Schweinsnasen auf zwei Beinen und eine Mischung aus Tetris und Battle Royale. Toll, was Sebastian da wieder aus der Grabbelkiste gefischt hat. Doch zuerst ... Das Intro! Matrose, wie konntest du dir die ganzen Spielspaßgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar! Unter dem Radar! Freunde, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich hab ne fette Ladung Spiele im Gepäck, die womöglich unter eurem Radar fliegen. Bevor ich die aber auspacke, müsst ihr erstmal was dafür tun. Ich möchte, dass ihr euch die folgenden Spiele zuallererst in euren Köpfen ausmalt. Unser Grafiker hilft euch auch dabei. Also ... Spiel Nummer eins. Stellt euch Hotline Miami vor, das auf den Schlagzeug-Sound vom Birdman-Film trifft. Und mit ihm Liebe macht. Und am Ende taucht ein schlecht gelaunter Gorilla auf. Jaha, damit habt ihr ein ungefähres Bild von Ape Out. Als wütender, entflohender Gorilla zerkloppt ihr hier in stylischer Pop-Art und zu treibenden Beats gesichtslose Sicherheitsfuzzis. Zermatscht sie an Wänden, zermatscht sie an Pfeilern oder zermatscht sie untereinander. Ihr könnt sie aber auch greifen, ihre Schüsse umleiten, als Schild nutzen oder aus dem Fenster zermatschen. Die prozedural generierten Level fühlen sich dabei immer wieder unerwartet neu an, ohne aber zu baukastenmäßig zu wirken. Ape Out ist frenetisch, aufregend und knackeschwer, dank direktem Wiedereinstieg nach Game Over aber auch nie frustig. Und damit bewirbt es sich schon jetzt direkt um die Stellen das bessere Hotline Miami 2 und Indie-Highlight des Jahres. Toll! Spiel Nummer zwei. Stellt euch als nächstes Blöckchen-Puzzler Tetris vor, das mit PUBG anbandelt. Deshalb tauchen plötzlich 98 andere Arschler, ähm, ich meine Spieler auf, die euch ungefragt Steine an den Kopf werfen. Das ist Tetris 99, zugleich Puzzlespiel und Battle Royale. Das Spielprinzip ist so wie eh und je. Stapelt verschiedenförmige Steine zu lückenlosen Reihen, um sie abzubauen. Wer's vermasselt und über den oberen Bildschirmrand hinauswächst, ist raus. Der große Twist von Tetris 99 ist aber, dass euch dabei 98 andere Spieler Gesellschaft leisten und sich mit euch royal darum betteln, der letzte Hochstapler der Runde zu sein. Dazu könnt ihr abgebaute Klötzchen gezielt ins Feld eurer Gegner werfen, die euch diesen Gefallen aber natürlich auch tun. Abgesehen von diesem Spielmodus hat Tetris 99 derzeit leider nichts auf dem Kasten. Da uns der aber ein persönliches Blumenpflücken ist, passt das schon. Spiel Nummer drei. Kennt ihr Skyrim? Ja? Gut, dann stellt euch das jetzt mal ohne Loot, ohne Rollenspielquatsch, ohne Kämpfe und ohne Drachen vor. Ach, und auch ohne fancy Rüstungen. Klingt nach Schnarch, ist's aber gar nicht. Im pazifistischen Rollenspiel Eastshade mimt ihr nicht Heldentype 0815 mit geschärftem Breitschwert, sondern eine Malerin. Deshalb wird hier gepinselt statt gekillt und geschnackt statt geschlachtet. Dank interessanter Spielwelt und schöner Geschichten ist aber auch das sehr unterhaltsam. Und keine Angst, ein bisschen Abenteuern dürft ihr auch. Dabei durchforstet ihr dann Wälder und Ruinen nicht nach der blutrünstigen Axt des Orksspalters Plus 5, sondern eben nach Utensilien für eure Staffelei. Wer den üblichen Hack-and-Slay-Schlachthäusern müde ist, findet mit Eastshade eine unaufgeregte, sehr sympathische Alternative. Spiel Nummer 4. Stellt euch vor, der Game Two-Redaktion liegt eine fantastische Rennsimulation vor, aber PS-Experte Trant ist im Urlaub. Was dabei rauskommt, ist zwar nicht Dirt Rally 2.0, aber Szenen wie diese hier. Tja, ohne Rennspiel Mutterhirn Trant eiert der Rest der Redaktion eben wie kopflose Hühner über die matschigen Offroad-Pisten. Wir haben's versucht, aber so richtig gerissen haben wir nix. Das Spiel schert sich aber auch nicht sonderlich um Rally-Noobs. Die nöchternen Anweisungen der Beifahrerin sind in unseren Ohren z.B. nur kryptisches Kauderwelsch. Mit die kalten Überbrustsprung für 180 über Kuppelang. Achtung, Kabel 3 rechts verdeckt bis Stopp. Gut gemacht. Genauso gut könnte sie auch das hier sagen. Pfeil links. Größer als. Pfeil rechts. Beule. XY. 15,5. Quersumme aus 6. Einmal die 4 zum Mitnehmen. Extra viel Käse. Danke. Das war die falsche Richtung, du Idiot. Und weil ich nix raffe, will ich gar nicht lange schwafeln. Im Gegensatz zu mir hat das Internet da draußen eine klare Meinung und die ist positiv. Wenn ihr Bock auf Rally-Simulationen habt, ist Dirt Rallye 2.0 genau euer Ding. Ich bleib lieber bei Mario Kart. Oh, was, welches miese, hundeschweinige, Pille, Pilzige. Spiel Nummer 5. Stellt euch ein Verlies vor, das nahezu endlos ist, in dem mächtige Monster, sagenumwobene Relikte und unzählige Reichtümer auf euch warten. Und ihr sitzt lieber in der Ecke und spielt Mau Mau. Slay the Spire ist ein Roguelike-Kartenrollenspiel. Um die Spitze des namensgebenden Trums zu erklimmen, müsst ihr auf dem Weg mit Schleimen, Teufeln und Sichelvögeln rangeln. Da geht's dann aber nicht um starke Oberarme, sondern nur darum, wer die fettesten Asse im Ärmel hat. Die Karten eures Decks dienen als Skills, von denen euch pro Zug fünf zufällig zugespielt werden. Ihr müsst eure Aktionen taktisch wählen und das Deck im Verlauf des Dungeon-Kreuzzugs gescheit ausbauen. Nur dann seht ihr auch im Kartenaustausch gegen große Bossmonster ein Stich. Haha, Stich, versteht ihr? Slay the Spire schafft es aber trotz der nerdigen Grundlage, verständlich und motivierend zu bleiben, ohne dabei aber an Herausforderungen zu geizen. Spiel Nummer sechs. Stellt euch das Ungeheuer aus P.T. vor, das nach China auswandert. Und ja ... ähm ... ja, das war's. Devotion ist ein taiwanesisches Horrorspiel mit einer sehr eigenen, unwirtlichen Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht das Schicksal einer chinesischen Familie, das ihr nach und nach in fieberhaften Albträumen aufdröselt. Der Grusel kriecht hier ganz subtil in euren Kopf und verzichtet auf allzu plumpe Jumpscares. Stattdessen lockt es euch lieber mit immer weiteren Bruchteilen des großen Mysteriums, während um euch herum weinende Geisterkinder und Gruselpüppis an euren Nerven zerren. Ganz besonders fantastisch ist es, dass den Entwicklern immer wieder neue Methoden einfallen, das Ganze zu inszenieren. Wie genau, verraten wir euch an dieser Stelle aber nicht. Spielt Devotion lieber einfach schnell selber. Spiel Nummer 7. Stellt euch Rayman vor, der von einem Affen, einem Schwein, einem Mönch und ähm ... Hulk ersetzt wird. Schon habt ihr eine ziemlich gute Vorstellung von Unruly Heroes. Das wurde nämlich von ehemaligen Entwicklern der wunderschönen Ubi-Plattformer Rayman Origins und Legends entwickelt und wirkt spielerisch wie optisch sehr ähnlich. Das kann man jetzt als müde Kopiererei bezeichnen, uns hat's aber gefallen. So schicke Jump'n'Runs gibt's eben nur selten. Das bunte Heldengespann mit seinen unterschiedlichen Fähigkeiten wird immer wieder vor kleine, charakterabhängige Rätsel gestellt. Die lockern zwar das Geschehen auf, stören aber auch etwas den Spielfluss. Dank gelungener Steuerung und gutem Leveldesign ist Unruly Heroes aber trotzdem eine schöne Empfehlung für alle Plattformer-Fans. Vor allem, wenn ihr weitere Mitspieler an eurer Seite habt. Spiel Nummer 8. Stellt euch Schweinenasen vor, die verschiedenfarbig aussehen und auf Beinen laufen. Und diese Schweinenasenbeine versuchen, einem weltherrschaftsgierigen Despoten, der aussieht wie eine rosa Wolke mit Beinen, das Handwerk zu legen und, äh ... Ja, okay, jetzt wird's langsam lächerlich. Piku Nico ist ein schräger Adventure-Plattformer. In ihm geht es um Zylinderhutwolke, der den Einwohnern von Piku Nico Hausen gratis Geld anbietet, wenn er dafür deren Ressourcen an sich reißen darf. Die einzige Hoffnung ist Piku das Schweinenasenbein. Und ja, so richtig raff ich das auch alles nicht. Muss ich aber auch gar nicht. Denn hinter all der Seltsamkeit steckt ein ziemlich anständiges, spielerisch überraschend bodenständiges 2D-Adventure. Das erzählt eine kurze, gewitzte Geschichte und fordert eure Kombinationsgabe. Richtig Laune macht der Zweispielermodus, indem ihr nicht nur zusammen rätselt, sondern möglicherweise auch gegenseitig eure Schweinenasen knackt. So, das waren alle Spiele für diese Folge. Wir hoffen, da war was für euch dabei. Macht das Beste draus, ich bin raus. Tschüss. So Leute, das war's auch schon wieder mit Game Two. Jetzt kommt noch eine Folge Fast Hero 60. Wiederschauen. Reingehauen. Verarscht, es gibt keine Folge mehr. Tschö, ihr Spackos. Dieser Sieg geht raus an alle unterbezahlten Praktikanten, die da draußen sitzen. Ihr werdet mir bezahlt? Lasst euch nicht klein kriegen. Ja, lasst euch nicht klein kriegen. Immer weiter. Immer weiter. Und irgendwann könnt ihr auch so viel erreichen. Durch den Dreck. Irgendwann könnt ihr es euren Sklaventreibern zeigen. Und immer daran erinnern, heute geht alles. Alles auf Sieg. Ich vergesse das jedes Mal, ey. Ich dachte, dass es funktioniert. G-A-M-E-T-W-O, G-A-M-E-T-W-O, das ist meine Lieblingsshow. Ich drück ganz schnell auf Abonnieren. Ich drück ganz schnell auf Abonnieren. Ich drück ganz schnell auf Abonnieren. Und will dann auch noch kommentieren. Und will dann auch noch kommentieren. Glocke drücken. Glocke drücken. Sehr gut, Leute. Und jetzt macht ihr alleine weiter.